Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Baden-Baden. Meine Damen und Herren, nun zum SWF-Unterhaltungsmagazin, bitte umblättern. Heute mit dem Opernsänger René Collo, der deutschen Darstellerin Elke Sommer, die es in den USA zu etwas gebracht hat, der Schlagersängerin Katja Eppstein, die jetzt ihr schauspielerisches Talent beweisen will, und andere Stars unseres Magazins sind Julia McGienes und der Schweizer Liedermacher Stefan Sulke. Zu allen Beiträgen wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020